In der Not und auch in der Freiheit, sei doch zu Jesus, auch die Dinge, die wir denken, die wir selbst kennen, dürfen wir auch zu Jesus sein. Guten Morgen zu Ihnen alle, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich für die, die gekommen sind, um Gott anzubeten. Ich möchte ein Vers lesen, aus 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 14. Kapitel 3 von 2. Petrus, 8. Petrus von, wo Jesus wird wahrer kommen, wo wir sollen bereit sein, und so wieder. Und hier sagt er, und du wein, therefore beloved, looking forward to these things, be diligent and be found by him, in peace, without spot and blameless. Das wir wollen gefangen sein, in Fried, in peace. Das wir wollen von Jesus gefangen sein, in der Fried Gottes. Auch von dir aus morgens vereint, dass wir in Fried gefangen sein, wie Jesus. Hei, seht uns von dir aus, kreik, so wie sein, in morgens, kreik, wo wir sein, und ans jeselchen leben, wo wir sein, und ans persönlichen leben. Moch wie ein arm gefangen worden, von arm gefangen worden, an der Fried. Das sagt er, be diligent to be found by him, in peace. Von arm gefangen worden, an der Fried. Das ist das Wichtigste. Von dir aus morgens will ich wiederkommen in Affenbarung Kapitel 2. Und die letzte Mal haben wir uns die Gemeinde von Ephesus für ihr geholen. Von dir werden wir uns die Gemeinde von Smyrna bekämpfen. Und einmal was Einzelheiten von dir einmal so versägen, zu lernen. Oder ja, zu lernen, was auf Jesus zu Ende gesagt, und so wieder. Diese Gemeinde von Smyrna ist hier auch in kleinen Asien. Wo die Asie war, von dir aus der Türkei, haben die letzte Werken, oder der letzte Monat, viel von Türkei gehört. Von den großen Erdbeben durch. Und dort ist in der Titel von, was wir von dir lesen in Affenbarung, wie das Klin Asien. Und die Stadt von Smyrna wird jedoch, dass von dir kommt, die Stadt von Ismir. Er meint nicht viel, aber dort ist die Stadt, was von dir auch noch bestohlen wird. Ja, so wird geglaubt, dass diese Stadt an Ismir ist. Das ist nicht so wichtig, aber diese Stadt von Smyrna. Und diese Stadt gibt eine Gemeinde, wo Jesus einen Beruf schrieben hat, einen Lehrer schrieben hat, durch den Apostel Johannes. Und dann, hier geht es um Einzelheiten, diese Gemeinde, wo es sehr positiv angekriegt, aber da hat es gelohnt. Und diese Gemeinde sind, wo Dinge nicht, wo sie haben, wo Jesus einen Sein hat. Und dadurch werden wir uns vertiefen. Also, wenn wir einmal den Versch 8 durch, Versch auflesen, einmal diesen Beruf, und dann werden wir einmal den Einzelheiten nennen gehen. In dem Engel in der Gemeinde in Smyrna schrieb, So sagt der Erste und der Letzte, der dir dort wie in der Leben dich geworden ist. Er kann deine Worte und deine Bedrängnisse und deine Ohrmut, aber du bist rück. In der Verleumdung von dir, die seien, die seien Jüden, und aber nicht sind, sondern eine Synagoge von dem Satan sind. Verrsch dich nicht vor dem, was die Leben wurscht sei. Der Teufel, der wird eingefahren, jüngt, in das Gefängnis schmieden, du musst sie versach werden. Und sie wollen für Tieren, die auch lange Bedrängnisse haben. Sie trübten dort, dann wollen die dem Siegeskronen von dem Leben geben. Wer ein Urhaf, der wird hier, wird die erste Gemeinde sagen, wer überwind, dem soll kein Schaden passieren von dem zweiten Dort. Also, das ist diese, und dann noch eine Gemeinde, was positiv ist, also von ihnen gesagt, wo sie nicht auf den Weg gekommen sind. Aber die ewige Fiefgemeinde sind, oder, wo es negativ ist, was Jesus an ihnen sein hat. Aber an dieser Gemeinde, wenn wir uns einmal vertiefen, einmal so, ja, einmal so, ja, einmal so, wird ein Expository war ich von der Berge kommen. Einmal anfangen, und bloß der Berge kommen, was Jesus an ihnen sein hat. Also aus Irschens. Jesus, der sich zu dieser Gemeinde auch oben bohren, aus dem, der die erste ist, und der letzte. Also, da ist auch wichtig, dass wir dort morgen tun, dass Jesus, wenn heute seine Gemeinde, zu dem, was am Neufolgen tun, zu ehren sein wird, er ist der letzte, in der erste, in der letzte. Dort soll er auch gehen, dass er nichts nicht gibt, woran es dann auch eigentlich so überraschen soll, woran es Angst mehr ankommt. Und er sagt ihnen an dort, für alle Bedrängnisse, die geütteln wurden, du darfst nicht verrichten. Denn er ist da, der du dort wie in Oberochtem Leben gekommen bist. Das werden wir uns in Klimaatmarkt vertiefen. Also, Jesus sagt, er ist da, der du dort wie in dem Leben gekommen bist. Und mir erstaunt er eben, dass Jesus der Einzige ist, und wir wissen, das ist ja nicht, was nicht, dass wir morgen tun, dass Jesus der Einzige ist, der du selbst die Kraft gehabt hast, um sein Leben in den Waren zu nehmen. Und du darfst einmal an die Gedanken, du darfst einmal abgründen, weil wir einmal ein paar Momenten nehmen. In Johannes Kapitel 10, ich finde, in Johannes Kapitel 10, du darfst wieder, wo Jesus sagen wird, dass er erst der Gouda Schub hat für den Schub, und dass er der Lehrer ist von den Schub, und ein Gouda Schub hat, sagt er, der wird nicht weich ran, wann du ab einem Wolf kommst, wann du einer kommst, dem den Schub verspreiden, aber der wird sein Leben, sogar abspüren, sondern er wird sein Leben anleihen, für den Schub. Dann in Vers 7, wird uns das in Vers 7 lesen. Johannes 10, in Vers 7, ich finde, in Vers 7, Dürum läuft mir der Vorher, wie leid mein Leben laut, damit ich das Wasser trinnehmen kann. Der Englisch überzeichnet es so viel, dass ich, I lay down my life, that I may take it again. Jesus sagt, er hat die Macht, das Leben wahr zu nehmen, wenn er das Leben gelegt hat. Er hat das Leben gelegt, um das Wahrheit zu nehmen. Und dadurch, dass er das Leben nehmen kann, um das Leben geben kann. Versch 18 sagt er, keiner nimmt das von mir, sondern ich habe das freiwillig, ich habe die Macht, das zu holen, oder das Hand zu leihen, und habe die Macht, das Wahrheit zu nehmen. Das, das Gebäude, das ist ein Commandment. Die Hürde, die die Bibel sagt, dieser Auftrag, also, das, was Gott gesagt hat, habe ich von meinem Vorder gekriegt. Engels schreibt, das Commandment I have received from the Father. Dort ist den Vorder, sein Wohlgefühl, und je weiß, dass Jesus sein Leben hat heilig, um das Wahrheit zu nehmen, um durch die Notfolie, oder alle Worte in den Arm kommen, um das Leben zu geben. Johannes 1, Vers 12 sagt, alle, Worte in den Arm kommen, die Worte heilig leben geben. Die Gäfte der Macht, Gott seine Königin zu werden. Also, dass Jesus sich expressen wird, also erklären wird, dass diese Gemeinde, dass du, dass du dort bist, und was er lebendig geworden ist, das ist das Fundament für die Gemeinde, das ist das Fundament für die Kauk, dass Jesus leben wird, dass er nicht dort ist. Und dass er auf dem Leben war, dass er sich nicht genommen hat, um dort heilig kommen, Leben wiederzugeben. Das ist der Grund für uns zu glauben, dass wir einem Rader tun, dass du lebendig bist. Ich weiß, dass wir ein Rader tun, dass du lebendig bist. Und das ist eigentlich, dass wir uns mit uns, wo Paul sagt, wie wir in unseren Sinnen sind, aber sind lebendig gemerkt, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus, dass wir lebendig gemerkt wurden, indem wir an ihm glauben, also indem wir an ihm kommen, und indem das Heuhaf das Leben war er genommen, zu sich. Und dort ist wo Jesus sich erkannt hat, auch zu dieser Gemeinde in Smyrna. Und dann geht er wieder in Verschneiden wieder und nicht einmal was Einzelheiten abbringen, was wir uns auch wollen einmal bekennen. Jesus wollte ganz klar, wo unsere physischen, wo seine Gemeinden, wo seine Notfalle in physischen sind, und auch im Gästlichen, und in Fakt, Jesus konnte viel, viel wiederkehren, und er sagt das hier so, er kippt nicht dort, wo er in der Ewigkeit wird weghellen. Da wird er in der Ewigkeit wird wegdrehen. Dort ist das Wichtigste, und was auch wichtig ist, sollen unsere Jungen sein, aber auch hier, zu dieser Gemeinde, sagt er ein wichtiges Wort, das wir einmal an Bedenken schicken. Und Verschneiden sagt er, kann deine Worte, deine Bedrängnisse, deine Ohren, aber du bist weg. Das ist interessant, was Jesus dort sagt. Aber Jesus sieht was anderes. Er sagt, dass diese Gemeinde wirklich rück ist, in Gäste Worte, und so weiter, und auch, dass sie Verfolgung liegen, und weins Jesus und so geduldig werden. Und aber, er sagt, dass er macht ihre Gäste Worte, er macht ihre Bedrängnisse, er macht ihre Ohren, und er macht ihre Ohren. Und er macht ihre Ohren, and sie hat, und sie muffнее, Und hier ging der Duram. Du hast geglaubt, dass das Lehrer von dieser Gemeinde und die nächste Gemeinde, die Gemeinde in Pergamon, du hast das Mann mit dem Namen Antipas. Und ihr Schäuers geglaubt, dass das Mann der Lehrer für dieses Geheimnis war. Das wird nicht ganz nett, die Bibel betont das nicht unbedingt. Aber das ist in dieser anderen Gemeinde aus dem Zeug dort gemerkt worden, von Jesus sagt, von dem, wo der Satan regiert hat. Also, ganz viel Verfolgung geöffnet hier. Und Jesus sagt, du wirst dich an. Aber, ich wirst dich an deinen Armut, aber du bist in der Welt, ich hätte so eine Rück. Du bist eine Rück. Und das ist, wir werden einmal wiederbekommen in der Berchtpredigt, in Matthäus, Kapitel 5. Es ist mir so eine Wirt, was Jesus sagt, und ich kriege von, was sie in der Nufallie wollen. Da ich geh in, und wer du in der Welt, ich hätte, zurückgeheßt, und wort du wirklich teilen, der. Der Berchtpredigt fängt in Kapitel 5 an, in Matthäus, und er fängt dort an, mit seinen Glücklich oder Gesehenen sind, die die jästlich um sind, die those that are poor in spirit, willst endlich hier den Himmel zurück. Die wurden um im Geist sein. Also, diese Gemeinde ging dadurch an, dass sie um im Geist werden. Eigentlich kann ich sagen, dass sie dann physisch umgewas. Aber, woran beholen sie? Weil sie dependen an Jesus. Sie sind ein Geforstherrn an Jesus. Und sie wissen nicht unbedingt, wie Jesus habe ich nicht. Und das ist, die, die um im Geist sind, Jesus sagte das. Die, die um im Geist sind, also, die wird sich da immer rumgehen und kommen nicht wieder. Nein, das sind die, die immer bei Jesus sind. Die wollten nicht, ich kann nicht bis sie das Leben. Ich sind arm im Geist. Die wollten nicht, dass sie bedürftig sind. Sondern als die Pharisäer, die dachten, ich bricht das nicht. Ich habe das alle ausgefiguriert. Das sind nicht, die wollen die arm im Geist sind. Die glauben, sie sind hoch, aber sie sind sehr arm. Und wir wollten dadurch, dass Jesus sagte, dass ich in Laodicea, wenn Gott will, in Tietz, dann werfen wir nach Lothar mal einen Tag über die Gemeinde. Und diese Gemeinde, die glaubt, dass sie wie so erregt. Die haben neue Dinge, die sie da lachen, die sie abgewiesen haben, die Fehler und so weiter. Und Jesus sagt, die weiß der Opa nicht, wo arm und wo missruhbelig die Bess. Und wo nirg dich die Bess. Und diese Gemeinde hier Opa sitzt sie selbst an, als wenn sie schwach ist. Und Jesus sagt, ob er die Bess in der Welt liegt. Dort ist es christlich. Jesus sagt, dass sie regt sie. Wieder mögen wir auch in Vers 12, in Matthäus, Kapitel 5, in der Bericht Predigt, gleich sind sie, wenn sie um die Mühle verleumden und verfolgen und alle Böse die Evangelien behaupten, indem sie liegen. Sie sind freundlich in heißen Trost, dass das Wort im Himmel wirklich verlohnt worden. Dann, genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vergehend gelebt haben. Also, hierzu mag, wie wird ganz gewolltet, dass Jesus sagt, dass die, was gerichtlich im Himmel belohnt worden, er rewardet, die wird für alle Ewigkeit sein, wann sie das werden uithalten. Also, wann sie werden verfolgen geliehen, wie in Jesus sie genommen. Und dass wir gerade hier in diese Versammlung wollten wir, dass sie Verfolgung geliehen konnten und dass sie nicht nur geben konnten. Dieser Körg, der wie ihr Gründ, ab dem Fundament, wo die Gründsel sind. Und sie bieten mit Gold selber in die Steine. Also, das wird das Fingern in die Korinther Kapitel 3. Doch, wo die Satan nicht also tomachthaft haben, Jesus hat uns auch gesagt, in seiner Gemeinde, na, red uns das von dir auch an, der gesehen wird, und der gesehen ist, dass wir sagen, unsere Treasures, die sagen, du sind, wo die Rassen, wo die Mord nicht bieken. Und dann einmal, hier wie auch wirklich rücksehen. Der Rigtum ab dieser Welt hält nichts an. Der vergeht, und dann sind wach. Alles, was auf der, das Haupt an sie, ab diese, ihr, aber ans Hort soll niemals nicht, niemals nicht tun und hängen. Weil es dann sehr wie missruhbelig. Dort sagt die Titte, kioch in Laodizea, die Gläusti fehlt das auch nicht. Die Gläusti hast voll ab. Nisch fehlt dir. hauptbrückig von morgen. Er sagt, ob er, wann diese Keugs wird morgen und Jesus ihn üben, dann würden sie einmal morgen wo, wo schwierig dort in der Erde leben wir. Das einmal, noch einmal zu betonen. Jesus sagt, du bessere, wann sie morgen dort, dort sie arm wären, wo für eine Bedrängnis sie haben, und so wieder. Jesus wollte aber auch, wo die Intention ist von jeder Individual und auch von jeder Gemeinde. Jeder denkt, weil Jesus wurde umgehend er. Jesus sagt hier, dass es eine Synagoge von dem Satan wurde gehen und kommen wird. Was ist eine Synagoge von Satan? Das ist eine Schule, also, er sagt hier, dass es gibt, es sind Jüden, es sind überwärtig nicht. Und er sagt, aber es ist eine Schule von dem Satan, dass es in der Welt ist, wie es ist. Es sind Güden, und das ist nicht in general, also überall oben so gestapelt, aber besonders in die Güden ging es durch an, dass viel, viel weich werden, als ein Volk, aus wem sie nur folgen deuten. Und Jesus sagt ihnen dort in Johannes Kapitel 8, in Johannes Kapitel 8 ging es durch an, dass die Güden kamen und seien, dass wir haben Abraham zu uns voran. Wir sind nicht Skluven und so wieder und so weit. Sie gingen ganz durch ab, dass wir sind von der Einzige und stampeln auch dort aus, dort sind die Häden. Und Jesus sagt in Versch 4, 40, er sagt, wenn Abraham den voran wird, dann wird die ab, das Wort dann wird Gott hat, aber die Stammen von den Vorder dem Satan. Das meint einmal, was Jesus sagt heute. Also, einmal, die Güden gingen durch an, dass sie mehr wollen an, was ernt ging, und sie wollen nicht so unbedingt an, dort Gott will, nur zu gehen, und Gott sind wohl gehorsam zu sein. Also streben nur dort, was ernt anbelang wurde. Jesus sagt, das ist eine Synagogue von Satan. Das wird durchstriefen das gegen das Evangelium, gegen Jesus selbst, gegen das Brut von Jesus. Das ist eine Synagogue von Satan. Auch wenn es eine Gemeinde gibt, auch wenn es eine Kirche gibt, wo es nicht an Jesus geht, wo es geht, den Wort hat , sagt Jesus, das ist eine Schuld von dem Satan. Und er sagt, das wird die vertreten dir und Gefängnis schmieden, aber du worab gehen, dass wir waren geproft worden. Nun werden wir unsere nächsten Gedanken abhören. Jesus ist da, wo alle followers of Jesus, jeder einer, der kann wie Jesus im Schüling gehen. Wir reden letztes einmal von Englisch sein, dass wir im Schüling gehen. Wir denken noch mal Gott, wird mit uns, aber der hat nicht. Bei Jesus können wir am Schüling gehen, und du bist sicher, wenn es gerade die Verfolgung gab, du bist sicher. Jesus sagt, diese Verfolgung wird die mess durchgehen, vertreten die eingefangen sind. Die wird das werden geproft werden, dass ihr testet. Das ist wenn sie behoben bleiben. Du werden uns mit vertiefen. Jesus hat auch die Peutus gesagt, und hier werden wir uns einmal an bekitzen aus Persönlich in Lukas Kapitel 22. Lukas 22. Geruts vor der Verlehnung von Peutus wurde Jesus verlehnert. Dann hat Jesus gesagt, Jesus sagte ihm so in Versch 31 und 35. Der Herr ob versuch versuch die wird aus Sprü oder aus Wett ein See übertragen. Ich habe die gebet dass den Glauben nicht verlieren wird. Und wenn du an der kommt dann steigt deine Bräder. Also Jesus sagt Jesus zu Peutus der Satan hat nur die gefragt dass er die wird überholen so ist dem Wert und er wird die vernichten. Aber Jesus sagt er kann für die gebet verworten. Jesus sagt er kann gebeten dass die Glauben nicht verlieren wird. Und das ist was Jesus auch zu dieser Gemeinde sagt sie getrost feucht die nicht. Wie es wird zum goden däun so viel mal denke ich dass wir Angst haben Jesus sagt oba wir nicht Angst haben verirgen was he sagt do not fear for any of those things which you are about to suffer for irgen was wo sie sich nicht verirgen will Jesus ist der die du in Kontrolle ist Lott uns im Denk haben oder wie soll uns das immer der Denk haben wer ist die keuk wer ist das rüttger 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 aus der Welt an port gesaht für ein besonderer besonderer wo Gott sich verherrlichen kann wo Gott verherrlich worden kann und dann aber geht hier wieder in offenbar in Kapitel 2 an dass Jesus sagt dass wir behoben bleiben dass diese Gemeinde behoben bleiben bottom end bottom top hier einmal dort in Versch Thien da sagt sie über 3 bottom top die dem siegen kron vom Leben geben die siegen kron vom Leben verspreche Jesus wort hier geben verdeu die die ut hohen bottom eng dort eng ist dort wo du teilen dat dort eng bottom eng ut hohen dort ist dort wichtig in gau da auf wahren in merken in weich ab hier oder auf wand dort ist nicht wo teilen dat wir in Hebra Kapitel 10 vers 7 da ich den in Engels lesen for yet a while and he who is coming will come and will not tarry now the just shall live by faith but if anyone draws back my soul has no pleasure on him but we are not of those who draw back and prediction but of those who believe to the saving of the soul the hebräer schriever says here and that is a quote from the Old Testament I think that is from Habakkuk and he got it on where God says they do believe they shall be they just shall live by faith and do say that word shall in English that is not so much but come they they shall live their believe that word shall that is so they shall be saved but if anyone draws back my soul has no pleasure in him that thing is what to count that that thing is what to tell that that thing is what to which is that they three by them do then where they the segen kron from living given god for her like that when they need when they know for you about him into home ok in matthews capitol 24 verse 13 more that would say do that you tell that bottom shall be saved they soul gerat worden the word gerat worden now now we hear of the sails what the good church said and that is that you have lot to hear that have so that I heard from brother John low and hear and I want to say what he say have God on his word have we got his word what is so wichtig when God would say what will authority have God seen word in our life what authority have got seen word in our life as the community what authority have got seen word in the community of Smyrna I think that have all authority that is what am end love word that word what is said I have I really the God to hear do 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 camp they shall not be hurt by the second death do that word shall whether they want also should lead from the second death the third death more like we ever when we so there can bar and go and so that is final it is final there is no genud available in the Ewigkeit we want to the right man in the chapter 16 this morning when I know that he will do 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 he know what he will do 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 he who overcomes shall not be hurt by the second death do 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 off on barung 20 vers saß hier so heute so das ist dann wo jesus kommt und dort wo ich habe irrums reden aber jesus sagt hier also das hat getrun mit dem punkt wo jesus in die gemeinde entrick hat oder so wo 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 fangen wir in diese kirk sehr wie schwach am jes in ober rick in jesus seine jungen oder denken wir uns fehlt nicht wie sein fern mit anderen menschen mit anderen gemeintes mit den nuba der wird mit schlachter es uns und mit uns aber nicht mit gott sind wo wir mit jesus wo ist der mod wo wir mit 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 was ist der mod mit was du mit es ist keine andere mod wo entweder jesus ist oder sein wo wird uns am reichen platz bringen er kennt uns aus kirk er weiß wo wir stehen er er ist charakter was die gestern wir von dir und für all ewig hat er mag uns ganz bedienen wer wir aus kirk sein wer wir aus individuell sein wer wir aus familie kirk sein und ich denke john low hat an seien die lich gesagt wir sind lehrer in hübs wir sind verantwortlich für das eine kirk in hübs bern wo steht du so gott weiter gott konnet sein gott jesus haft die üben von vier hei kon olle wen der sein in moe ganz kirk wo unsere intention sein wo steht in unserem leben so wie um jes in ober rück in jesus oder wo ist in unserem leben dort waren wie eine schworen kampf oder ein schworen kampf fahr ans hand jesus sagt hier dort die wursch verfolgen liegen aber ich sage da die nisch nicht ängsten ängste nicht willst dort war tim god jesus bet für uns jesus bet jesus der anstohlen vor uns auch kreik nu und wot immer die schwierigkeit ist wot wir durch gön wot jesus toll lot 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 wir däun jesus ist der der bestämt wot wo die satan ans verfolgen kann in diese gemeinde ging am tier der wo die bedrängnisse haben wo die in ein Gefängnis schmied an schworen tid lor anstohlen baram eng jesus persönliche mutters im hüß und so wieder und so wot immer für position wie du oder ak lor anstohlen tem beden anstohlen